Seid du mit dabei, zeig dein Talent und nützt die Chance, dich auf einer großen Bühne zu präsentieren. Vielleicht wirst du zum allerersten Mal Feuerbachs Supertalent. Coole Preise warten auf dich. Und um mitzumachen, musst du über folgendes Bescheid wissen. Du kommst aus Feuerbach oder Umgebung. Du bist alleine oder in einer Gruppe. Du hast ein Talent, spielst ein Musikinstrument, kannst tanzen, singen, performen. Du repräsentierst dich oder eine Gruppe, wie deine Clique, eine Partei, deine Schulklasse, einen Verein, die Sportmannschaft, dein Hochhaus, deine Straße oder sonst irgendjemanden. Du bist zwischen 13 und 33 Jahren alt. Dann melde dich im Internet an unter www.feuerbach-supertalent.de Die Vorentscheidung findet am 2. Juli durch eine talentierte und faire Jury statt. Die besten 5 dürfen am 16. Juli auf einer großen Bühne mit professioneller Technik auftreten. Open Air im Jugendhaus Camp Feuerbach. Wir werden für den Abend Fettwerbung machen und erwarten über 300 Besucher. Zum Höhepunkt wird die Ska-Band Oktoberlight aus Kroatien einfliegen und wird das Camp zum Beben bringen. Anmeldeschluss ist der 26. Juni. Alle weiteren Infos erhältst du nach deiner Anmeldung. Also nütze die Chance, melde dich an oder komm als Besucher vorbei am 16. Juli. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.